Im Alpschnipsel Nummer 12 geht es um Merklin. Göppingen ist wohl alle Fans von Modelleisenbahnen ein Begriff, denn hier ist der Sitz von der Firma Merklin. Seit über 160 Jahren stellt man weltweit bekanntes hochwertiges Metallspielzeug her. Und der Maßstab für die Produkte von Merklin ist die möglichst getreue Nachbildung der Realität. Das zunächst mit der Herstellung von Puppenküchen beschäftigte Unternehmen wurde 1856 vom Flaschnermeister Theodor Friedrich Wilhelm Merklin gegründet. Seine Söhne Eugen und Karl Merklin immer nahmen das Unternehmen ab 1888 als Gebrüder Merklin. Die Produktpalette umfasste zu dieser Zeit immer noch Puppenküchen, Karre jeglicher Art, Modelle von Schiffen, Karusels und Kreisel. 1891 expandierte das Unternehmen dann durch den cleveren Ankauf eines Blechspielzeugherstellers aus Ellbange im Ostalbkreis. Im selben Jahr präsentierte die Gebrüder Merklin dann auf der Leipziger Frühjahrsmesse das erste Mal eine Eisenbahn mit Schienen in Form von einer Acht. Und damit legte die beiden Unternehmer den Grundstein zu dem Welterfolg der Spielzeugeisenbahn von Merklin. Und Merklin ist es auch zu verdanken, dass in dieser Zeit auch die Spurweit der Modelle vereinheitlicht wurde und in Grundzügen noch heute weltweit gelte. Seit nunmehr 160 Jahren gibt es das Unternehmen Merklin mit vielen Aufs und Abs in den letzten Jahren. Aber was seit der Firmengründung gilt, in den Spielwaren von Merklin steckt ein hohes Meier an Ingenieurwissen, gepaart mit der Arbeit von geschickten Händen und stets auf der Höhe der Zeit. Und natürlich machte auch die Digitalisierung vor der Modelleisenbahn nicht Halt. Und Merklin war auch hier immer ein Vorreiter. Denn bereits 1984 führte Merklin ein Digitalsystem ein, mit dem bis zu 80 Loks unabhängig voneinander gesteuert werden konnten. Und heute kann man bis zu 16.000 Loks steuern. Wahnsinn, oder? Das bedeutet unzählige Möglichkeiten für klein und groß. Denn mit der Eisenbahn kann man in jedem Alter spielen. Wobei sicher das Bauen und Ausprobieren einen Großteil vom Reiz ausmacht. Zum Jahresende 2020 verzeichnete das Unternehmen 40% mehr Aufträge als 12 Monate zuvor. Der Grund für den Anstieg, eigentlich klar, oder? Das sehen auch die Verantwortlichen so, liegt in der Corona-Krise. Und die hat dafür gesorgt, dass sich viele Fans die Modelleisenbahn, die vielleicht auch längere Zeit im Keller gestanden ist, wieder rausgeholt haben und sich wieder mehr Zeit ihrem Hobby gewidmet haben. Und für alle Modelleisenbahn-Fans, die mal nach Göppingen kommen wollen und Merklin besuchen, für die gibt es ein ganz besonderes Highlight. Denn dieses Jahr, es ist noch nicht genau klar wann, aber auf jeden Fall, sobald es möglich ist, wird das Merklinium eröffnet. Und darin wird 160 Jahre Firmengeschichte live erlebbar sein. Die 2000 Quadratmeter große Bürosucherausstellung und die 400 Quadratmeter große Modelleisenbahn, die locken einen auf jeden Fall dahin. Zum Vergleich, die wohl bekannteste und größte Modelleisenbahnanlage, nicht nur in Deutschland, sondern der Welt, das Miniaturwunderland in Hamburg, von dem hat ja bestimmt jeder schon mal was gehört, hat ca. 1500 Quadratmeter. Da lassen sich die 400 Quadratmeter von Merklin, so als Stadt, schon mal ganz gut sehen. Und natürlich gibt es auch Bistro und den Merklin Store und den Merklin Service, wo man seine Modelleisenbahn vorbeibringen kann und man kriegt Hilfe bei Reparaturen.